Die Familie Arberger ist seitens 1745 auf dem Hof Fürtermorgut und das ist natürlich schon eine Riesenverantwortung. So viele Generationen, alle haben ihr Bestes getan, um das zu machen, wo wir jetzt sind. Jedes Kraut, jede Pflanze, jedes Tier, es hat alles einen eigenen Geschmack. Jede Blume und du kannst es riechen, du kannst es fühlen und du kannst es schmecken und wir versuchen das einfach den Menschen so nahe zu bringen, dass diese Natürlichkeit schmeckt. Da braucht man nichts dazu, dass das intensiver ist. Die Natur schmeckt intensiv, die Natur ist bunt und die Natur ist vielfältig und das ist eigentlich mein Ziel, diese Vielfalt weiterzutragen und weiterzugeben.